Zum Glück wohne ich da, wo es Goldochsen gibt. Auf ein Bier mit wird präsentiert von Goldochsen, Ulms flüssiges Gold. Schönen guten Abend, herzlich willkommen auf ein Bier mit. Dankeschön, schön, dass Sie da sind. Heute Abend einer der bekanntesten Ulmer bei uns, nämlich Per Günther von Radio Farm Ulm. Ich freue mich sehr, herzlich willkommen. Guten Abend, schön, dass Sie da sein dürfen. Hi. Und die spannende Frage ist, die wir auf jeden Fall klären werden, nicht sofort, aber während der Sendung. Wirst du einer der bekanntesten Ulmer bleiben oder wirst du vielleicht gar nicht mehr in Ulm sein in Zukunft, weil du im Sommer aufhörst? Warum? Oh, die Frage, ich weiß nicht, wenn du nur eine Frage stellen willst heute Abend, dann, also die lange Antwort dauert, glaube ich, wirklich 20, 25 Minuten. Ich setze mich einfach zu wem anders. Also ich glaube, die kurze Version ist ganz einfach. Ich glaube, es fühlt sich einfach an, als wäre es Zeit aufzuhören. Wieso? Woran fühlt man das? Also ich glaube, grundsätzlich geht es darum, wie geht man zur Arbeit. Geht man, also was sagt der Körper erstmal, wenn ich zur Arbeit gehe, freut sich der Körper, wenn ich ihm morgens mitteile, dass ich wieder zwei Stunden Basketball spielen gehe. Das ist so das Erste für mich. Für mich war immer klar, also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich gehe jetzt über eine bestimmte Grenze hinaus, dann werde ich aufhören. Einfach, weil ich bin so sportbegeistert und ich habe zwei Söhne, zwei kleine Kinder. Ich habe vor, noch viel Sport zu treiben, den ich sehr viel schlechter kann als Basketball. Aber ich habe Bock, Tennis, schlecht Tennis zu spielen, schlecht Fußball zu spielen. Aber so, wenn ich das Gefühl hätte, jetzt irgendwie mein Knöcheln oder meinem Rücken oder meinen Knien, da geht es jetzt wirklich in einen Bereich, wo ich, ja, wo ich irgendwann mal eingeschränkt bin, dann hätte ich sofort aufgehört. Da glaube ich, bin ich jetzt die Grenze, ich bin noch nicht drüber hinweg, aber ich kann sie zumindest erahnen. Ich weiß, dass ich das nicht mehr lange machen sollte, was ich aktuell mache. Und ansonsten, was wahrscheinlich noch größer ist, ist die mentale Seite. Wenn man sich so selber beobachtet, wenn ich mir überlege, wie bin ich mit 25 zu spielen gefahren und wie fahre ich jetzt als zweifacher Familienvater mit 34 zu den Spielen. Wie hungrig bin ich, wie gierig bin ich darauf oder wie wichtig ist mir jetzt am Montagabend ein Training. Kann ich da sauer werden, wenn ich irgendwie zweimal den Ball verloren habe oder nicht? Und wenn ich da spüre, ja, es ist nicht mehr so, ich bin nicht mehr so heißblütig hinterher, dann glaube ich, dann sollte man auch wirklich sich selber den Gefallen tun, einfach aufzuhören. Jetzt bist du so kurz vor dem 500. Spiel. Schaffst du die 500 noch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe durch Covid zwei, drei Spiele verpasst. Ich weiß nicht, was der aktuellste Stand ist. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall in die Playoffs und wir müssen... Ich glaube auch. Ich habe nachgesehen, du musst in die Playoffs kommen. Sonst wird es, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, eng. Ja, ich würde es auch überleben, mit 495 Spielen aufzuhören. Aber natürlich, umso älter man wird, wird das natürlich dann vor Augen geführt durch Zahlen oder die eine oder andere Runde. Oder man überholt irgendjemand in irgendeiner Kategorie. Ja, da bin ich auch immer so ein bisschen zwiegespalten, wie viel man sich damit auch beschäftigen sollte. Also bei all dem, was du gerade eben gesagt hast, ich kann das alles nachvollziehen. Und wahrscheinlich ist es in dir auch ein, könnte ich mir vorstellen, längerer Prozess gewesen, um zu erkennen, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, an dem ich aufhöre. Wie schwierig ist es, sich das erstmal selbst einzugestehen und es dann auch einem Verein zu sagen? Und Fans? Ich glaube, meine Theorie ist, dass der Verein nicht so traurig ist, wenn ich aufhöre. Ich glaube, dass es generell für einen Verein manchmal hinten raus ein bisschen kompliziert wird, wenn Spieler, die mal einen gewissen Status genossen haben, dann vielleicht von der Leistung her nicht mehr das sind, was sie mal waren. Aber die wollen eben noch Minuten spielen oder die wollen auch Geld verdienen. Und da kann es manchmal einfach so ein bisschen, wie soll ich das sagen, einfach so eine unschöne Dynamik geben. Und ich bin sehr, sehr froh. Einfach, weil man sich verpflichtet fühlt? Ja, weil der Verein dann sagt, okay, den Vertrag bist du vielleicht gar nicht mehr wert oder wollen wir dir gar nicht geben. Aber die wollen natürlich auch nicht den Fans sagen, dem geben wir jetzt keinen Vertrag mehr nach 14 Jahren. Und da bin ich unglaublich froh, dass ich mit der Vereinsführung dieser ganzen Geschichte aus dem Weg gehen konnte. Bis jetzt, die letzten Jahre, hat das irgendwie immer noch, glaube ich, haben beide Seiten uns irgendwie ganz gut angenähert. Von daher, ja, ich bin froh, dass das irgendwie noch gute Stimmung ist. Aber ich weiß auch, ich glaube schon, dass wenn ich jetzt noch sagen würde, ach, Thomas, wie wäre es nochmal mit einem Zwei-Jahres-Vertrag? Ja, dann würden die, glaube ich, sagen, weiß ich nicht, ob die so erfreut darüber werden. Von daher, glaube ich, sind die jetzt alle super froh, wenn 34 und dann tschüss und das war ja bis jetzt gut und dann... Ich glaube, die Fans nicht. Ich glaube, die Fans sehen es anders. Ah, ich weiß auch nicht mehr, wie besonders... Ich glaube, dass es natürlich schon auch Fans gibt, die sich freuen, wenn sie mich mal sehen oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mit dabei bin. Aber ich weiß jetzt nicht, wie groß jetzt noch wirklich das Bedürfnis der Fan ist, mich spielen zu sehen oder... Ja, ich... Also aus meiner Fan-Perspektive bin ich auch... Gab es auch wirklich Sportler, von denen ich ein großer Fan war, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie vielleicht ein, zwei Jahre früher aufgehört hätten. Einfach, weil... Ja, dass manchmal so ein bisschen dann auch ein trauriger Anblick ist, wenn dann jemand irgendwie noch da her stolpert. Jetzt machst du dich aber sehr schlecht heute Abend. Nein, ich sage ja, es gibt auch noch Spiele, wo es Spaß macht, aber ich glaube nicht, dass man es ausreizen... Also, dass es dann wirklich so lange ausreizen muss, bis man nur noch die Gallionsfigur ist, der dann irgendwie einmal reinkommt und dann wird gejohlt, wenn er irgendwie mal einen trifft, so. Ja, das... Ich glaube wirklich, das ist jetzt irgendwie so ein ganz guter Zeitpunkt, weil ich aktuell noch immer noch ganz gut spielen kann. Und dann ist es natürlich schön, aber ich habe nicht mehr genug im Tank, um das dann irgendwie alle zwei, drei Tage zu machen. Jetzt sind wir noch nicht am Ende deiner Karriere und auch noch nicht am Ende deiner Zeit bei Radio Farm Ulm, aber wie schaust du auf diese 14 Jahre zurück? Tatsächlich bin ich noch nicht am Ende, deswegen versuche ich das natürlich immer noch ein bisschen von mir fernzuhalten, jetzt das wirklich dann groß zu reflektieren und den Rückblick zu starten. Aber das war schon... Ich bin sehr froh, dass ich das Gefühl habe... Also, ich habe das Gefühl, ich habe wirklich drei Phasen, drei Zeiten des Vereins oder der Organisation mitgemacht und bin darüber sehr froh. Ich bin in die Kuhberghalle gekommen damals als 20-Jähriger. Da musste man seinen eigenen Ball und seine eigene Trinkflasche mitbringen und irgendwie... Keine Ahnung, der VIP-Raum war hinten in der kleinen Sporthalle. Und da gab es dann, wenn man Glück hatte, dann, wenn man nach dem Spiel kam, gab es dann irgendwie noch ein paar Spätzle und eine Apfelschorle. Und von da zu einem, ja, zu einem Verein, wirklich einem der Markenzeichen der BWL, einen der, glaube ich, attraktivsten Vereine, die es gab, wie ich mit einem großen Budget und dann mehrfach auch kurz davor Titel zu gewinnen, jedes Jahr irgendwie gefühlt in den Playoffs zu sein. Und dann ist jetzt nochmal eine neue Richtung, glaube ich, eingeschlagen worden durch den Bau des Campuses, wo dann vielleicht wieder so ein bisschen auch die strategische Ausrichtung ein bisschen geändert wurde. Also mehr wieder auch ganz besondere europäische Talente zu bekommen, mehr auszubilden. Und ja, das habe ich irgendwie alles gesehen und ich gucke da zurück und bin irgendwie froh, dass ich all diese Phasen mitgenommen habe. Du hast es gerade eben schon gesagt, immer wieder kurz davor Titel zu gewinnen, aber die großen Titel sind, auch wenn es immer knapp war, die sind ausgeblieben. Ist das was, was dich traurig stimmt, weil du sagst, ich hätte gerne doch irgendwann mal noch in Ulm einen Titel geholt? Das stimmt mich sehr traurig, weil ich gerne einmal dieses Gefühl, also es ist nicht so, ich fühle mich nicht, mich oder meine sportliche Leistung irgendwie unvollkommen. Ich hätte es einfach gerne, ich hätte gerne einmal gefeiert. Ich hätte gerne einmal das letzte Spiel der Saison gewonnen. Ich hätte gerne einmal, also man spürt das ja auch, wie die Fans eine Zeit lang danach gelächzt haben, wenn wir diese, was weiß ich, wenn wir jedes Jahr gegen Bamberg gefühlt gespielt haben und irgendwie immer kurz davor waren. Da hat man nicht nur als Spieler das gespürt, dass sie sich jetzt alle das gewünscht haben, einmal das zu spüren. Und für mich ist es mittlerweile wirklich nicht der Titel in der Vitrine oder der physische Pokal oder dass ich mich meins deutscher Meister, sondern ich hätte gerne einfach mal mit den Leuten in den Arm gelegen und hätte wirklich einfach das genossen, ein paar Wochen, dass wir das geschafft haben. Und das Schöne ist, wenn es mir nur um dieses Gefühl geht, da habe ich ja hoffentlich noch 30, 40, 50 Jahre und sollte das in Ulm jemals gelingen, dann werde ich auf jeden Fall da sein. Und dann werde ich auf jeden Fall, wer es auch immer für einen Titel gewonnen wird, werde ich den genauso feiern, wie wenn ich ihn selber gewonnen hätte. Jetzt würde die Frage passen, aber ich stelle sie immer noch nicht. Also die Ulm-Frage. Ich stelle sie erst später. Woran hat es aus deiner Sicht gelegen, dass es mit den Titeln nie funktioniert hat? Ich glaube, das ist recht einfach. Wenn man als Verein, der, sagen wir mal, auf dem Papier vielleicht immer so Vierter, Fünfter, vielleicht Vierter, Fünfter am meisten Geld hat oder sportlich so in dem Bereich ist, dann hast du, sagen wir mal, wenn du 14 Jahre hast, gut, die ersten drei, glaube ich, kann man das nicht vergleichen, da waren wir weit davon entfernt, irgendwie in den Sphären mitzuspielen. Aber dann hatten wir bestimmt, ja, jetzt zehn, elf Jahre, wo es theoretisch hätte möglich sein können. Dann hast du vielleicht aus den zehn, elf Jahren hast du vielleicht drei, viermal eine Mannschaft, die theoretisch, wenn alles gut läuft, was gewinnen kann. Und dann brauchst du ein bisschen Glück. Dann musst du, genau in der Saison, wo du vielleicht genug hast, dann müssen alle gesund bleiben. Oder in der Saison musst du auch vielleicht darauf spekulieren, dass Bayern München, Alba, Berlin nicht die beste Mannschaft oder Bamberg, vielleicht nicht die allerbeste Mannschaft haben, die sie normalerweise aufs Parkett stellen, sondern vielleicht hapert es da auch mal. Vielleicht haben die Verletzungsprobleme, vielleicht haben sie nicht perfekt eingekauft. Und du bist einfach davon abhängig, weil du hast nicht die Ressourcen, jedes Jahr die beste Mannschaft zu sein, sondern du bist immer in lauer Stellung und musst hoffen, dass es klappt. Und ich glaube, dass wir zwei oder vielleicht drei Mannschaften hatten, wo wir was hätten gewinnen können. Und zweimal haben wir gegen eine Bamberger Mannschaft im Finale gespielt, die einfach, die meiner Meinung nach, eine der besten, jeweils einmal der besten Mannschaften waren, die je in der BBL gespielt hat. Wir haben zweimal 3-0 verloren, wir haben alles getan. Es gibt nichts Einfacheres, als dann gehe ich nach Hause und sage zu meiner Frau, ich habe alles gemacht. Das hat nicht gereicht, die andere Mannschaft war besser als wir. Und einmal war es nicht der Fall. Einmal glaube ich, dass wir die beste Mannschaften in Deutschland waren. Und am Ende des Jahres saßen Tim Ohlbrecht an der Seitenlinie und der Sean Butler hat sich den Daumen gebrochen. Und ich habe meinen Bandscheibenvorfall und wir waren leider dann eben im Juni, wenn du wirklich die Mannschaft sein musst, waren wir nicht so gut, wie wir das im Februar oder im Januar, im Dezember waren. Und das war es schon. Ich kann mich als Sportler angucken, wenn es darauf ankommt, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich alles getan habe und auch wirklich an meiner Leistungsgrenze war. Das kann ich sagen. Und mehr kann ich selber nicht kontrollieren. Hat es auch daran gelegen, aus deiner Sicht, dass du fast jedes Jahr mit einer komplett neuen Mannschaft starten musstest? Ich glaube schon, dass es das deutlich schwerer macht. Ich habe da natürlich auch viel mit gehadert. Ich weiß, dass die Vereinsführung natürlich auch lieber Gesichter hätte, die über einen langen Zeitraum bleiben. Warum klappt das nicht? Ich glaube, dass das meine Theorie ist, es gibt zu viele kurze Verträge. Also meine komplette Theorie ist, es gibt sechs Ausländerpositionen. Es tut dir sehr weh, wenn du jetzt jemandem einen 3-4-Jahres-Vertrag gibst auf der Position oder auf einer Ausländerposition und der entpuppt sich hinterher als Fehleinkauf. Das wird entweder sehr teuer, den Spieler loszuwerden oder du hast eine Position für eine lange Zeit blockiert. Aber das Problem haben ja alle Vereine. Das haben alle Vereine. Was jetzt passiert ist, wir geben keine langen Verträge raus, sondern wir geben Einjahres-Verträge raus. Wenn ich jemandem einen Einjahres-Vertrag gebe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr immer noch da ist, schwindend gering. Weil was kann passieren? Option A, er ist schlechter, als ich gedacht habe, dann will ich ihn nicht. Option B, er ist deutlich besser, als ich gedacht habe, dann kann ich ihn im nächsten Jahr nicht mehr bezahlen. Oder dieses kleine Fenster, dass er so gut ist, dass ich ihn möchte, aber nicht so gut ist, dass mir die Konkurrenz, die mehr Geld hat, ihn wegkauft. Das Fenster ist extrem klein. Jetzt kann ein hervorragender Bewurf, wie können andere Mannschaften das versuchen? Genau, Alba, Brose, die haben das alle. Ich glaube, Alba und Brose sind vielleicht Vereine, da würden die einfach sagen, die haben so viel Geld, dass sie auch, wenn sie mal jemandem einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag geben können, die haben ja oft über diese 6 Ausländer-Positionen hinaus besetzt. Also die haben 7 oder 8 oder 9 Ausländer, weil es denen egal ist. Also wenn sich da einer als schlechter entpuppt, als sie das möchten, dann spielt der halt ein Jahr oder zwei nicht. Und dann irgendwann sagen sie ihm, okay, du hast jetzt ein Jahr auf der Bank gesessen, wir können den Vertrag auflösen und dann kannst du gehen. Ich glaube, wir müssen uns eher mit anderen Vereinen vergleichen, zum Beispiel Oldenburg oder Ludwigsburg, die es auch geschafft haben über längere Jahre. Ja, die Leute beieinander zu halten. Und ich glaube, das hat so ein bisschen was mit der Risikofreudigkeit unseres Managements zu tun. Ich glaube, dass die lieber dann versuchen, also dass sie eben dann lieber versuchen, jedes Jahr dann doch nochmal irgendwie neu, vielleicht können wir da an der Position doch nochmal einen neuen Spieler verpflichten. Und sie hoffen, dass es irgendwann einmal passt. Und wir waren ja, also es wäre jetzt auch falsch, wenn ich hier sitzen würde und sagen würde, wir haben immer die Mannschaft nicht beieinander gehalten, sondern wir waren innerhalb von 5, 6 Jahren, waren wir in 4, 5 Finals. Also ich glaube, das Management kann gut und gerne von sich behaupten, dass sie alles richtig gemacht haben. Für mich persönlich ist es natürlich für mich persönlich nicht nur die sportliche Komponente, sondern für mich ist es einfach persönlich auch immer schade, wenn jedes Jahr neue da sind. Und ich glaube, mich hat ein Journalist nach 10 Jahren angerufen und mich gefragt, ob ich wüsste, mit wie vielen Spielern ich zusammengespielt hätte. Und ich hatte so 60, 65 getippt und da waren es schon 111. Hui. Ja. Was schon vier Jahre zurückliegt. Ja. Das sind viele Leute, aber so habe ich auch viele Leute kennengelernt. Das war was Schönes. Sind da Freundschaften entstanden? Zu Beginn mehr, einfach weil man, glaube ich, mein persönlicher, ja, wenn du jung bist, wenn du 23, 24, 25 bist, gibt es natürlich nichts Cooleres. Du bist total offen, du bist noch nicht so, dass du sagst, ja gut, was soll ich mich jetzt hier in diese Freundschaft investieren, wenn ich nach neun Monaten den sowieso nie wieder sehe, sondern da bist du, glaube ich, noch ein bisschen anders unterwegs. Du bist natürlich mehr im Nachtleben unterwegs, du zockst, was ich, mit den Jungs playse, was auch immer. Und irgendwann gibt es einfach auch in Generationen Unterschied. Ich glaube, wie auch im normalen Leben, das ist, dass man wirkliche Freundschaften noch, oder dass wirklich echte Freunde noch dazukommen, sich dazugesellen, das wird einfach weniger. Wieso bist du 14 Jahre geblieben? Was ist da besser gelaufen? Ich glaube, ein Stück weit ist es nicht Zufall, aber es ist, wie gesagt, schon, also wenn, wie gesagt, ich habe das schon öfter gesagt, wenn die Mannschaft jetzt noch im Kuberg spielen würde, dann wäre ich wahrscheinlich nicht 14 Jahre da gewesen, weil ich dann irgendwann mit 25, 26 gesagt hätte, ich will jetzt auch mal in einer größeren Halle spielen, oder ich will europäisch spielen, oder ich will eine Chance haben, um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Das Kuriose ein bisschen in meiner Karriere und der des Vereins war, dass wir quasi, ich bin ja auch nicht als Riesentalent hier angekommen, sondern ich war ganz gut, aber ich war jetzt auch kein Überspieler, deswegen bin ich zu Ulm gegangen. Ulm war, dass ich, 14. oder 15. und so waren wir irgendwie auf einem ähnlichen Niveau. Und dann vier, fünf Jahre später war ich einer der besten Spieler, deutschen Spieler in der Liga. Und Ratio vor allem Ulm war einer der coolsten Vereine in der Liga und das hat dann schon gepasst. Und dann, da gab es für mich auch die Gelegenheiten, woanders hinzugehen, wo es dann vielleicht noch größer oder noch andere Faktoren noch anders waren. Aber das war dann irgendwie nicht meins. Für mich wäre es, in der Zeit, wo wir kurz davor waren, Titel zu gewinnen, hätte ich das auch nur hier machen wollen. Also für mich hätte das nicht, mir hat das gefallen, dem weiter mit den gleichen Leuten hinterher zu jagen oder mit dem gleichen Trikot hinterher zu jagen. Auch auf die gefallen, dass es nicht funktioniert. Das war mir damals bewusst, dass es sehr viel schwieriger wird, hier einen Titel zu gewinnen als woanders. Und mir war das bewusst. Ich habe mich dafür entschieden und ich bereue das keine Sekunde. Jetzt müssen wir doch so langsam über Ulm sprechen und über die Zukunft. Wir machen eine Pause vorher. Boah, wir machen richtig einen Cliffhanger. Bis gleich. Das wäre richtig spannend. Willkommen zurück. Schön, dass Sie weiter bei uns sind. Auf ein Bier mit heute Abend mit Peer Günther. Und wir müssen so langsam dann doch mal die Frage stellen, wie geht es denn da eigentlich weiter? So ein gutes Bier an der Donau mit dem höchsten Kirchturm der Welt im Blick. Das ist doch was Tolles, oder? Das ist was Wunderbares. Das will man doch eigentlich gar nicht müssen, oder? Nee, das will man auf jeden Fall gelegentlich erleben. Haben Sie es auch gehört? Also es gibt da tatsächlich keine Geheimnisse. Du kannst frei raus fragen. Fragen oder wo geht es hin? Nee, es geht nach Hamburg. Um da was zu machen? Das ist die Traumschat meiner Frau. Und ich war jetzt 14 Jahre quasi Entscheidungsträger, alleiniger. Und das bin ich nicht mehr, wenn ich nicht mehr Basketball spiele. Wir sind jetzt eine vierköpfige Familie und ich bin nicht mehr in der Position, dass ich einfach sage, ich will jetzt hierbleiben oder ich will das und das machen. Meine Frau arbeitet und die Familie ist quasi im Norden. Meine Brüder wohnen in Münster, also sind dann auch deutlich näher dran. Meine ganze Familie ist eher im Norden, im Nordwesten. Von daher, ich hätte mir sehr gut vorstellen können, hier zu bleiben. Mir gefällt Süddeutschland sehr gut, mir gefällt Ulm sehr gut. Aber wie gesagt, wir sind vier oder zwei vielleicht Zielentscheidungen treffen. Und es war eigentlich immer klar, dass ich keine Kompromisse eingehen werde, was meine Bus Royale-Karriere angeht. Also wir wären dahin gegangen, wo ich gespielt hätte, wo auch immer das gewesen wäre. Und klar war aber auch immer, wenn das nicht mehr so ist, dann gucken wir erstmal, wo sie hin möchte oder wo wir als Familie dann hin möchten. Und das ist Hamburg. Wie geht es bei dir persönlich weiter? Ich werde erstmal dann versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und dann im Juli werde ich erstmal hemmungslos auf Hochzeiten gehen. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin ein großer, also ich liebe Hochzeiten. Und du bist offenbar auf sehr vielen eingeladen. Tatsächlich gibt es doch den einen oder anderen, der Wort hält und nicht, oh, während Corona eine kleine Standesamtliche, wir feiern dann irgendwann nach. Von den zehn, die mir das erzählt haben, sind es glaube ich jetzt fünf tatsächlich, die es durchziehen. Und dann haben wir im Juli glaube ich eine in Griechenland, eine in Italien, zwei hier in Ulm. Und das ist so der Juli. Und ansonsten, ja, gehe ich dann nach Hamburg. Ich habe eine kleine Altbauwohnung gekauft, die werde ich selber sanieren. Also ich habe ein kleines Projekt, was nebenher läuft. Aber erstmal werde ich, ja, Zeit mit meiner Familie verbringen, mit meinen Kindern, Familie sehen. Wir versuchen irgendwie mehr Teil zu sein von dem. Und ich bin in der glücklichen Situation, dass, ob ich natürlich muss, ich, ist ja nicht so, also ich bleieugig. Ich habe nie was gemacht, ich habe mein Studium fertig gemacht. Ich beschäftige mich natürlich auch mit Sachen, was ich vielleicht irgendwann machen werde. Aber ich werde es sehr genießen, auch erstmal mir eine Zeit zu geben, Zeitfenster zu geben, wo ich mich nicht mit ernsten, erwachsenen Themen wie, ja, wie Job oder wie Lebensrealitäten auseinandersetzen werde, sondern, ja, Familie und Spaß haben. Ich nehme die Einladung an, alles zu fragen. Insofern, nach 14 Jahren Basketball in Ulm, muss man da irgendwann wieder arbeiten? Oder könnte man auch sagen, ach, ist ja eigentlich schön, wie es ist. Nee, man, also das hängt natürlich immer von deinem Lebensstil ab. Mittlerweile, also wenn du jetzt, wenn du über Geld sprechen möchtest, dann ist es so, das ist ja mittlerweile kaum noch zu beantworten, weil es, so wie ich das früher immer wahrgenommen habe, war es ja sehr einfach, man hat einfach Understatement gemacht, da hätte ich jetzt einfach gesagt, ja, ja, irgendwie, klar, muss ich irgendwie noch ein bisschen arbeiten. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie Leute gesehen, die auf den Kopf, auf den Deckel bekommen haben, weil sie auch Understatement gemacht haben. Ich glaube, man ist ja auch ein Politiker, der irgendwie sich selber als, ja, mir geht es einigermaßen gut. Ja, ich bin die Mittelschicht oder sowas, war die Aussage, ich erinnere mich. Ja, also Sportler, Leistungssportler, es gibt gewisse Sportler, die natürlich in Deutschland völlig überbezahlt sind. Fußball. Fußball sowieso, aber auch ein Eishockey-Spieler oder ein Maskowspieler oder ein Handballspieler müssen nicht das Geld verdienen, was sie verdienen. Ich bin in der glücklichsten Position gewesen, dass ich das getan habe und ich habe einen super Start in den Rest meines Lebens. Aber ich werde natürlich auch arbeiten, ich kenne mich selber, nach einem halben Jahr wird mir auch sowieso langweilig und ich werde auch was machen, ich werde auch wieder irgendwann ein bisschen Geld verdienen müssen. Aber das ist jetzt erstmal, ich habe genug auf jeden Fall Zeit, mir was auszusuchen, was mir wirklich Spaß macht, was ich tun möchte. Und also ich kann mein Leben natürlich ganz anders, ja, ich bin in der privilegierten Situation, dass ich mir das ganz anders ausgestalten kann, als das, ja, sonst viele Menschen machen können. Wie wäre es mit so einer Trainerbank? Trainerbank auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Unter keinen Umständen. Wenn ich jemals, wenn ich jemanden Trainer kennengelernt hätte, wo ich gesagt hätte, der war zehn Jahre Basketballtrainer und der machte auf mich einen gesunden Eindruck, dann hätte ich das mir erst vielleicht überlegt, aber den habe ich bisher noch nicht getroffen. Gibt es was anderes im Basketballbereich, Umfeld, wo du saßt? Ich glaube mal schon, man kann irgendwo dem Basketball so halbwegs treu bleiben mit einem Bein. Man kann in der Jugend sich engagieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich irgendwie mit ein paar Kids mal in der Halle stehe, jetzt nicht groß als Job, aber irgendwie, dass man so einen Ball in der Hand hat und versucht, so ein bisschen was weiterzugeben. Es ist natürlich so, ich habe eigentlich meine ganze Karriere gedacht, ich habe irgendwann nie wieder was mit Basketball zu tun, weil ich irgendwie gerne irgendwas anderes kennenlernen möchte. Umso älter ich werde, umso mehr weiß ich, wenn ich irgendwas anderes nochmal irgendwo gut werden möchte oder eine gewisse Expertise erreichen möchte, ist das viel Arbeit. Von daher bleibe ich vielleicht doch ein bisschen näher dran in dem, was ich schon kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ich irgendwann mal wieder auf einer Halle auftauchen werde, aber ich glaube jetzt so die klassischen Trainer, das kann ich auf jeden Fall schon mal ausschließen. Was sagst du, wenn deine Jungs irgendwann sagen, Papa, irgendwie Basketballprofi wäre so ein Ding für uns? Also, wie gesagt, ich glaube sogar der letzte, der schlimmste Tennisvater hält sich selber nicht für einen Tennisvater, aber ich glaube wirklich, dass ich, also Liberaler als ich, die können machen, was sie wollen, aber um Gottes Willen, also ich komme ja aus einer Basketballfamilie, meine Eltern, mein Vater hat Basketball gespielt, professionell, meine Mutter hat Basketball gespielt, mein großer Bruder hat Basketball gespielt, mein kleiner, also ich, ich habe auch schon zu meiner Frau gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn er einfach mal, wenn er mal was dabei wäre, dass ich mal was Neues kennenlerne, dass ich auch mal irgendwo bin, wo ich nicht, so irgendwie, also ich freue mich sehr, wenn es auch in eine andere Richtung geht. Was wirst du, vielleicht noch nicht im Juli, aber so im Herbst, was wirst du an Ulm vermissen und an der Region? Ich werde natürlich immer, es sind immer erstmal die Leute, ich werde immer, ich meine, ich bin jetzt schon lange hier, tatsächlich gibt es ein paar Leute abseits des Buzzwords, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, ich genieße sehr, wo wir wohnen, wir haben die ganze Infrastruktur, die Kita, unsere Kinder fühlen sich wohl, für mich, ich bräuchte, ich brauche jetzt nicht, ich habe noch nie in einer größeren Stadt als Hagen oder als Ulm gewohnt, aber ich bin vom Typ her jetzt nicht jemand, der sagt, ich brauche irgendwie Riesen-Großstadt, sondern es ist eine angenehme Größe für mich, ich weiß nicht, wir sind einfach, wir sind einfach eingegroovt, wie gesagt, man hat ein Netzwerk, wenn man irgendwie was braucht, dann weiß man, man kennt irgendwie jemanden und ansonsten ist es schon auch, ja, geografisch, wie so schnell in Italien zu sein, ja, schnell in den Bergen zu sein, ich durfte jetzt, 15 Jahre war mir vertraglich verboten, Ski zu fahren und ich wohne einfach fucking 45 Minuten von den Bergen entfernt, früher, also, ja, Entschuldigung, ist vielleicht doch nicht Alkoholfall, aber da musste jetzt wirklich der Ärger mal raus, also ich bin nach wie vor, seit ich 14 bin, nicht Ski gefahren, ja, so Allgäu, Berge, gibt es schon wirklich tolle Sachen, die man machen kann. Es ist noch ein bisschen früh und trotzdem, vielen Dank für 14 Jahre in Ulm. Sehr gerne. Alles Gute für die nächsten Spiele, noch viel Spaß und danke für den Besuch heute Abend. Sehr gerne, vielen Dank. Danke fürs ehrliche Gespräch. Vielen Dank an Sie, Unterschrift sammle ich trotzdem, obwohl wir sie schon haben. Danke und kommende Woche sehen wir uns wieder. Bis dann. Zum Glück wohne ich da, wo es Goldochsen gibt. Auf ein Bier mit wird präsentiert von Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.